Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Schutze löschen, anzunehmen bei Chandris Mond wieder. Auf den Ebenen von Nava, an dieser Stelle. Vor Quest war Feuersaison und wir müssen jetzt Schutzfeuersteine zerstören. Alles klar. Dann geht's ins Questgebiet. Hier sind natürlich auch Mobs, die sind nötig für die zweite Quest von Chandris. Hier sind auch noch ein paar Mobs. Ich versuche sie möglichst schnell zu töten. Und hier haben wir so einen Schutzfeuerstein. Ich weiß nicht, ob jetzt die Map nötig ist, die sind ziemlich nah zusammen. Ich habe jetzt beim ersten die Map aufgemacht, aber bei den nächsten werde ich sie nicht mehr aufmachen. So, dann haben wir noch hier in diesem kaputten Pavillon so einen Schutz. Mal schauen, ob die Mobs werden. Ja, zumindest. Jo, werden alle benutzen. Benutzen. Also rechts klicken. Dann geht's hier nach oben. Hier haben wir noch einen. Und dann haben wir hier auch noch einen. Ja, ich benutze hier ein bisschen meine Cooldowns. Dann sind die Mobs ganz schnell kaputt. Ja gut, die Mobs sind schnell kaputt und ich bin bewegungsunfähig. Toll benutzen. Und sobald ihr den letzten Schutz zerstört habt, ist die Quest abzugeben. Bei Chandris Mondfeder. Auf den Ebenen von Onara. Im Questgebiet. Aber es kann auch sein, dass die Quest überall auf den Ebenen abzugeben ist. Oder überall in Dragonfly. Das mag ich jetzt nicht testen, würde zu lange dauern. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierenknopf ein. Und ich bin auch auf Twitch unterwegs. Samstag und Sonntag ab 7 Uhr in der Früh. Und Dienstag und Donnerstag ab 17 Uhr 30. Vielleicht lesen wir uns da oder sehen uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.